Die absolute Grundlage beim Schweißen sind die Einstellungen an deinem Schweißgerät. Wenn dein Schweißgerät für die jeweilige Schweißaufgabe nicht richtig eingestellt ist, dann wirst du auch keine vernünftigen Ergebnisse erzielen. So ist das bei Profi-Schweißgeräten und so ist es zum Beispiel auch bei diesem neuen Lidl Multi-Schweißgerät. Man braucht einfach für die jeweilige Schweißaufgabe die richtigen Einstellungen. Dieses Gerät bietet wirklich viele Möglichkeiten und diese Möglichkeiten will man natürlich auch nutzen. Und dafür braucht man die verschiedenen Einstellungen. Ich habe hier die letzten Wochen jeden Nachmittag stundenlang geschweißt. Ich habe Stahl geschweißt, ich habe Aluminium geschweißt, Edelstahl, QC3 gelötet, Fülldraht ohne Gas geschweißt. Wirklich in allen Materialstärken, in allen Drahtstärken, die man sich so vorstellen kann. Und habe das Ganze komplett dokumentiert, wie ich das auch die letzten Jahre schon bei verschiedenen Schweißgeräten immer gemacht habe. Diesmal ist es kein Aufkleber geworden, sondern eine wunderschöne Werkstattkarte. Ganz einfach, weil es so viele Informationen sind, weil das Gerät so viele Möglichkeiten bietet. Und ich will da irgendwo auch keinen Kompromiss machen. Man hat hier eine wunderschöne Werkstattkarte und da findet man alle Informationen. Zusätzlich eine Webseite mit Informationen, mit dem Zubehör, mit den Ersatzteilen, mit dem Schweißdraht. Man nimmt also einfach diese Werkstattkarte, man hat seine Schweißaufgabe, man stellt die Parameter dementsprechend ein und das Gerät schweißt. Und das Gerät schweißt richtig gut. Und ich habe immer noch meine Favoriten hinzugefügt. Ich habe das Punktschweißen mit hinzugefügt und, und, und. Also diese Werkstattkarte bietet wirklich so viel. Ich bin da auch tierisch stolz drauf, habe da auch schwer dran gearbeitet. Und die könnt ihr jetzt hier unter diesem Video bestellen. Ganz grundsätzlich zu diesen Werkstattkarten, das ist nicht einfach nur eine Kartonkarte, die bedruckt ist. Das ist eine folierte Karte und die hält wirklich auch harten Ansprüchen in der Werkstatt oder harten Belastungen in der Werkstatt aus. Das heißt, da kann man Öl drauf kommen, da kann man Dreck drauf kommen, die kann man abwaschen, die kann man mit einem feuchten Lappen wieder abreiben. Die sind wirklich sehr robust, haben sich auch sehr bewährt und ich finde das wirklich eine tolle Lösung und vor allen Dingen der ganz große Vorteil. Man hat diese Karte direkt vor seinem Gerät, man kann es da ablesen, dann direkt einstellen. Danach stellt man die Karte wieder neben sein Gerät und man hat da wirklich so viele tolle Infos drunter und drauf. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Karte. Wer da Interesse hat, findet den Link unter diesem Video. Bis dann und viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.